. Ich behaupte jetzt einfach mal, es gibt Filme, die überdurchschnittlich oft missverstanden werden. Z.B. Wolf of Wall Street. Es gibt viele, die genauso sein wollen wie Jordan Belfort und nicht verstehen, dass es keine Figur ist, die man anhimmeln sollte. Oder Gangster-Rapper mit Scarface, die genauso sein wollen wie Tony Montana. Für viele ist auch Travis Bickle aus Taxi Driver und er war einfach nur eine coole Sau, weil er selbst Justiz ausübt. Dabei wird völlig ignoriert, dass er wahrscheinlich geistig krank ist, von seiner Umwelt gebrochen wurde und kurz davor ist, einen Politiker zu ermorden. Manche Filme werden eben missverstanden. Manchmal ist aber auch einfach das Marketing-Team schuld und verkauft einen Film in der Werbung ganz anders, als er dann wirklich ist. Heute sprechen wir deswegen über tolle Filme, die meiner Meinung nach oft missverstanden werden. Drei habe ich schon genannt, es kommen noch sieben. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem brandneuen Special hier auf Cinema Strikes Back. Mal ehrlich, die meisten heterosexuellen Männer haben wahrscheinlich noch nie Magic Mike gesehen. Warum auch? Das ist doch dieser lahme Stripper-Film. Ich bin zufälligerweise ein heterosexueller Mann und habe den Film gesehen. Und dabei dachte ich auch mal, dass das ein ganz belangloser Streifen über ein paar strippende Männer sei. Aber der Regisseur des Films hat mich dann doch etwas neugierig gemacht. Steven Soderbergh hat nämlich schon großartige Filme wie Contagion oder Traffic inszeniert. Aber worum geht es überhaupt in Magic Mike? Schauen wir uns doch mal auf IMDb um. Da steht, ein männlicher Stripper bringt einem jüngeren Darsteller bei, wie man feiert, Frauen aufreißt und leichtes Geld macht. Ja, das klingt ziemlich furchtbar meiner Meinung nach. Ich kann euch aber versichern, dass selbst IMDb den Film verzerrt darstellt. In Magic Mike geht es nämlich um einen 30-jährigen Typen, dessen Leben festgefahren ist. Eigentlich träumt er davon, Möbel zu designen und hält sich mit kleinen Jobs über Wasser, wie dem Dachdecken oder dem Strippen. Und beim Strippen lernt er ein 19-jähriges Naturtalent kennen, in dem er sich natürlich selbst wiederfindet und deswegen beunruhigt ist, als der Junge beginnt, sich mit gefährlichen Leuten einzulassen und Drogen zu verkaufen. Mir glaubt es nie jemand, aber Magic Mike ist wirklich ein gefühlvolles, kleines, tolles Drama, in dem das Strippen auch nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ja gut, das Marketing hat den Film dann auf jeden Fall als Softporno für Junggesellinnenabschiede verkauft. Witzigerweise ist das Sequel Magic Mike XXL genau das, was alle dachten, was der Originalfilm wäre. Als American Psycho vor über 20 Jahren erschien, war der Aufschrei groß. Das sei ein billiger Horrorfilm, der Gewalt und Frauenhass verherrliche. Es geht schließlich um einen Investmentbanker, der im Geheimen eine Frau nach der anderen ermordet. Über die Frauen erfahren wir quasi nichts, über den Täter aber sehr viel. Und nur weil eine Frau in dem Film Regie geführt hat, heißt das ja nicht, dass der Film nicht auch trotzdem frauenfeindlich sein kann. Oder nicht? Aber es ist wie so oft. Erzählst du einen Film aus der Sicht der Figur, die Schreckliches tut, denken viele gleich, dass du dieses Verhalten auch verherrlichst. Dass der Film aber satirisch ist, ging an vielen, denke ich, vorbei. Der Film beschäftigt sich ja mit der Oberflächlichkeit und der sexuellen Unsicherheit vieler Männer. Und auch mit der materialistischen Yuppie-Welt von der Wallstreet. Mal abgesehen davon, dass wir auch nie erfahren, ob Patrick Bateman überhaupt die Wahrheit sagt oder das alles wirklich erlebt oder ob er überhaupt existiert. Der Film stellt ja auch die Frage, wer wirklich der Psycho in dieser Geschichte ist. In einer fernen Zukunft hat die Menschheit das Universum kolonisiert und führt einen unerbittlichen Krieg gegen eine insektenartige Spezies namens Bugs. Und nur wenn du dich dem Militär anschließt, darfst du dich fortan als vollständigen Weltenbürger betrachten. Das ist die Geschichte von Starship Troopers, ein Kultfilm der 90er. Wenn man sich aber die Kritiken von damals durchliest, kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass viele den Science-Fiction-Film missverstanden haben. Die New York Times z.B. schrieb damals von wirrem, vulgärem Mist für pubertäre Jungs. Der Kritiker Jeff Weiss sah nicht mehr als ein Splatterfest ohne jeglichen Geschmack oder Logik. Und der Film lasse selbst hirnlose Blockbuster intelligent aussehen. Viele denken halt auch noch immer, Starship Troopers sei einfach nur ein plumper Sci-Fi-Action-Kracher. Dabei amüsiert sich der Film ja darüber, wie sehr sich diese Welt das Militär zu eigen macht. Also über diesen patriotischen Militarismus. Und auch über diese Einstellung, sofort mit Gewalt zu reagieren, statt mit Vernunft. Es gibt ja ein Buch, auf dem der Film zugrunde liegt, und das verherrlicht das Militär ziemlich. Und darüber macht sich der Film eigentlich permanent lustig. Starship Troopers ist gleichzeitig auch eine Abrechnung mit dem Blockbuster-Kino und trägt die ganz typische Handschrift seines Regisseurs Paul Fairhoeven. In einem DVD-Kommentar sagte er auch selbst dazu, Krieg macht uns alle zu Faschisten. Kaum ein Genre wird so oft missverstanden wie der Zombie-Film. Das wusste schon George A. Romero, der, man kann sagen, der Erfinder des modernen Zombies. Und einer seiner größten Erfolge war Dawn of the Dead. Viele kritisierten ihn seinerzeit überraschenderweise dafür, dass er sich mit jedem seiner Filme neu erfand. Für viele sind ja Zombies auch nicht mehr als irgendwelche coolen, blutrünstigen Monster, die es zu bekämpfen gilt. Für Romero selbst aber stehen die Untoten immer für mehr. Sie sind eine Metapher. In Dawn of the Dead verschanzen sich die paar Überlebenden in einem Einkaufszentrum. Die Zombies selbst stehen deswegen für den Konsumwahn. Sie werden magisch vom Einkaufszentrum angezogen. Die Figur Steven sagt ja auch sogar, sie wissen nicht, warum sie zum Einkaufszentrum schlurfen. Es ist ein Instinkt. Sie erinnern sich daran, dass sie unbedingt genau hier sein möchten. Als ich das erste Mal Inception im Kino gesehen habe, war ich baff, allein von der Idee, ein Heistfilm, der im Unterbewusstsein eines Menschen stattfindet. Wie oft sieht man das? Selbst wenn man den Film nicht mag, sollte man doch zumindest zugeben, dass der Film ein gerissenes Ende hat. Dreht sich Copps Kreisel jetzt weiter oder nicht? Ist er in der Realität oder in einem Traum? Ich ging total glücklich aus dem Kino und fand's großartig, dass Nolan diese Frage offen lässt. Andere aber waren regelrecht frustriert. Eine Theorie nach der anderen wurde gesponnen und einige davon ergaben ja auch sogar eine Menge Sinn. Wie zum Beispiel die Theorie, dass nicht der Kreisel Copps Totem ist, sondern der Ehering. Nolan selbst sagte aber, dass die meisten Theorien, die er gelesen hatte, Unsinn seien. Aber dass er sich auch darüber freue, wie sehr sich die Menschen mit seinem Film auseinandersetzen. Er selbst habe auch eine Antwort auf die Frage, auf welcher Ebene der Film endet. Es sei aber völlig egal, ob der Kreisel sich jetzt weiterdreht oder nicht. Mit anderen Worten, wenn es ihm darum gegangen wäre, klarzumachen, ob Copp in der Realität ist oder nicht, dann hätte er die Antwort einfach gezeigt. Aber ich persönlich find's cool, dass er wahrscheinlich wirklich eine Spur gelegt hat und dass sich Menschen auch noch Jahre danach mit diesem Film beschäftigen mit dieser Frage. Das Einzige, was mir in all diesen Fan-Theorien und in dieser Debatte fehlt, ist die Wertschätzung, was da wirklich in diesem Ende erzählt wird. Nämlich, dass Copp gar nicht hinguckt. Dass es ihm völlig egal ist, ob er im Traum ist oder der Realität. Es geht ja vielmehr darum, dass er den Tod seiner Ehefrau verarbeitet hat. Und da spielt es keine Rolle, ob das im Traum oder der Wirklichkeit passiert. Mit anderen Worten, nicht jede Frage braucht eine Antwort. Was haben Inception und Sofia Coppolas Film Lost in Translation gemeinsam? Auf den ersten Blick wenig. Lost in Translation ist eine wunderschöne Geschichte über Freundschaft, Einsamkeit, Liebe und Melancholie. Genau wie Inception sorgte der Film aber ebenfalls für eine Fan-Theorie nach der anderen. In dem Film geht es nämlich um den gealterten Schauspieler der Film-Star Bob, der in Japan einen Werbespot dreht. Im Hotel lernt er die unglücklich verheiratete Charlotte kennen. Im nächtlichen Tokio heilen sich die beiden gegenseitig von ihrer Einsamkeit. In einer Schlüsselszene des Films, kurz bevor sich die beiden voneinander verabschieden, flüstert ihr Bob noch etwas ins Ohr. Wir erfahren nie, was gesagt wird. Wir hören es nicht und es wird auch nicht eingeblendet. Dieser Moment bleibt nebulös. Ein ganz privater Moment zwischen zwei Figuren, der nur ihnen gehört. Das Internet aber zerriss sich natürlich sofort das Maul. Was hat Bob da geflüstert? Das muss doch was bedeuten! Viele Jahre wussten nur Bill Murray, Scarlett Johansson und Sofia Coppola, was genau da geflüstert wurde. Aber die neue Technik macht's möglich. Mittlerweile sind alte Aufnahmen mit dem Originalton aufgetaucht und man kann sie ziemlich laut drehen, so dass man versteht, was da geflüstert wird. Sorry für die schlechte Bildqualität, aber diesen Clip möchte ich euch unbedingt hier präsentieren. ARD Text im Auftrag von Funk Du solltest unbedingt Cinema Strikes Back abonnieren, den besten Kanal über Filme, Serien und Comics. Egal, worum es geht, ob gegen Rassismus oder dafür, ob Kapitalismuskritik oder viel mehr Ketchup im Burger, heutzutage kann man auf keine Demo gehen, ohne sie zu sehen. Die berühmte Guy Fawkes-Maske. Bekannt wurde sie vor allem durch den Film V wie Vendetta. Darin geht es um V, einen maskierten Widerstandskämpfer, der in einem futuristischen London die faschistische Regierung stürzen möchte. Dabei ist V im Comic von Alan Moore sehr viel ambivalenter als im Film. Das heißt, er ist sehr viel schwerer einzuschätzen. Denn in den Comics ist er jemand, der unabhängig von der Regierung einen inneren Trieb nach Chaos und Zerstörung hat. Im Film hat er das wahrscheinlich auch, es wird nur nicht so sehr gezeigt. Er ist aber ein gewalttätiges, gefährliches und manipulatives Mastermind. Er interessiert sich überhaupt nicht für das Wohlbefinden seiner Mitmenschen. Er wird nur von Vergeltung angetrieben. Der Zweck heiligt die Mittel. Menschen sind seine Schachfiguren und manche müssen eben mit Folter gebrochen werden. Die Figur basiert ja auf der historischen Persönlichkeit Guy Fawkes. Das war ein religiöser Fanatiker, kann man sagen, und ein Mitglied der, ja, der Verschwörergruppe, die 1605 den protestantischen König und das gesamte Parlament in die Luft jagen wollte. In der sogenannten Pulververschwörung. Die Geschichtsschreibung ist sich einig. Guy Fawkes war ein Terrorist, der bereit war, für seine Zwecke den Tod hunderter Menschen in Kauf zu nehmen. Und der Film ist zum Teil selbst mit Schuld daran, weil er V ganz anders darstellt als die Comics. Viele sehen in V immer noch einen anarchischen Superhelden und verherrlichen seine Taten. V und Guy Fawkes sind mittlerweile zu Symbolen des zivilen Widerstands geworden. Obwohl das nur ein kleiner Teil der gesamten Wahrheit ist. Am meisten frustriert das den Darsteller von V, Hugo Weaving. Er ärgere sich immer wieder darüber, dass gerade rechtsextreme Gruppen, ähm, Symbole aus dem Film für ihre fragwürdigen Zwecke missbrauchen. Auch bei Matrix passiere das immer wieder. Und es ärgere ihn, wie sehr V wie Vendetta immer wieder missverstanden werde. V wie Vendetta sei mehr als nur eine cool aussehende Maske. Alan Moore selbst übrigens möchte mit dem Film gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Wollt ihr systemkonform scharfe weitere Videos aus dem Funk-Netzwerk sehen? Dann schaut doch mal hier bei Simplicissimus vorbei. Die haben nämlich ein Video über Anonymous gemacht. Oder checkt mal unsere letzte Kritik. Die war zu The Batman. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Hier auf ... mit mir, dem ... ... ... ...